Tradition entsteht nur dann, wenn die Vergangenheit in der Gegenwart lebendig und für die Zukunft unverzichtbar ist. Das fasziniert uns an Kultur. Das ist die Anziehungskraft vieler Städte und Unternehmen, macht reiche Tradition einzigartig. Die Bergbau- und Industrietradition im Eisenwerk Sulzau-Werfen, kurz ESW, erstreckt sich über nahezu ein Vierteljahrtausend. Als Familienunternehmen sind wir stolz, heute zu den Weltmarktführern für Arbeitswalzen in der Stahlverformung gezählt zu werden. ESW-Walzen werden in einer breiten Palette für präzise Anforderungen hergestellt. Insbesondere für Groblech- und Steckelgerüste, Warmbandstraßen und CSP-Anlagen. Walzen sind die wichtigsten Verformungswerkzeuge in der Stahlindustrie. Durch die Fertigung nach international verbindlichen Standards wie ISO 9001 werden bei ESW höchste Qualität und effiziente Prozesse sichergestellt. ESW-Walzen werden aus über 50 verschiedenen Legierungen gefertigt. Nach eigenen Rezepturen werden dabei Roheisen, hohe Anteile an spezifischen Legierungselementen und sorgfältig sortiertes Rücklaufmaterial erschmolzen und vergossen. Kernstück der Gießerei ist die von ESW entwickelte horizontale Schleudergussmaschine. Sie erlaubt die Fertigung von täglich bis zu 14 Walzen. Die Lager- und Antriebsteile der Walze werden vom Kern gebildet, der nach dem Schleuderguss des Mantels in diesen eingegossen wird. Für höchste Qualität des Kerns ist die präzise gesteuerte Behandlung der Schmelze mit Magnesium erforderlich. ESW hat dafür eine der weltweit größten und gleichzeitig besonders umweltfreundlichen Draht-Einspulanlagen im Einsatz. Maximale Prozesssicherheit wird durch die nahtlose Kontrolle und Dokumentation aller Parameter bei allen Fertigungsschritten gewährleistet. Die gussrohen Walzen werden in computergesteuerten elektrischen Glühöfen bis zu 34 Tage weiter behandelt und erhalten dadurch die kundenspezifischen Eigenschaften. Zur Feinsteuerung und Qualitätssicherung werden dabei laufend Materialproben vom Werkstück entnommen und in unseren Labors geprüft. Durch CNC-gesteuertes Drehen, Fräsen, Schleifen und Bohren erhalten die ESW-Walzen ihre endgültige Oberflächenbüte und montagefertige Ausführung. Anfallende Späne- und Zapfenabstiche werden in den Schmelzbetrieb rückgeführt. Mit 1.000 mm ist die Maßgenauigkeit bei der Endfertigung doppelt so groß wie bei Kurbelwellen von Automotoren, obwohl die Walzen im Durchschnitt den 40-fachen Durchmesser und das 1.000-fache Gewicht aufweisen. Jede ESW-Walze wird mit Ultraschall auf korrekte Mantelstärke und Fehlerfreiheit geprüft. Die multifunktionale Systemsteuerung sorgt für die bildgebende Aufnahme, Speicherung, Darstellung und Auswertung der Daten. Das ESW-Qualitätsmanagementsystem ist ISO 9001 zertifiziert. Total Productive Maintenance ist in allen Abläufen integriert. Vom KAL-10-Institut Deutschland wurde ESW als Benchmark-Leader und führendes Unternehmen bei der Umsetzung von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen ausgezeichnet. Die maximale Schonung der alpinen Naturlandschaft rund um das Eisenwerk Sulzau-Werfen ist für uns Verpflichtung und Ausdruck einer Gesamtqualität. So erhielt das ISO 14001 zertifizierte ESW-Umweltmanagementsystem bereits 1998 den Umweltpreis der österreichischen Industrie. Heute verwenden wir zurückgekaufte Walzen als Rohstoffe. Die Abfallmenge je produzierter Tonne konnte von 350 auf unter 10 Kilogramm gesenkt werden. Hochwirksame Filteranlagen binden Rauch und Staub. Und mit der Abwärme der Schmelzöfen werden die Produktionshallen sowie die Privathäuser in der Nachbarschaft geheizt. Im Rahmen der Wahl zur Fabrik des Jahres 2012 wurde ESW dafür mit dem Sonderpreis für Energie- und Umweltmanagement geehrt. In der ESW-Versuchsschmelzanlage und in der Versuchsschleudergussanlage entwickeln die ESW-Ingenieure die Legierungen von morgen. Dabei stehen ihnen auch Raster-Elektronen-Mikroskopie, automatische quantitative Bildanalyse sowie optische, mechanische und thermische Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung. Durch die enge Verbindung mit den führenden Universitäten und technischen Hochschulen tauschen sie sich kontinuierlich über die jeweils neuesten Forschungsergebnisse aus. Als Unternehmen misst ESW den Erfolg in Zahlen. Vor allem aber im Vertrauen, das uns Kunden weltweit entgegenbringen. Denn im Wandel der nahezu 250-jährigen Geschichte, auf die das Eisenwerk Sulzau werfen, zurückblicken kann, haben sich Kontinuität und Qualität als überaus tragfähige Fundamente erwiesen. Vielfach sind die Familien der hochspezialisierten Mitarbeiter seit Generationen mit ESW verbunden. Das ist auch ein Ausdruck dafür, dass das Unternehmen an seinem Standort die Aufgaben der Aus- und Weiterbildung, der betrieblichen Gesundheitsförderung, der Traditionspflege, aber auch der Unterstützung von Sport- und Freizeitaktivitäten umfassend wahrnimmt. Durch laufende Prozessoptimierung erzielt ESW ein ausgewogenes Verhältnis zwischen langfristiger Planung und kurzfristiger Flexibilität. Grundlage dafür ist unter anderem die hohe Eigenfertigungstiefe. Know-how-intensive Facharbeiten werden bei ESW ebenso zu einem Großteil In-House erledigt wie die Entwicklung ganzheitlicher IT-Lösungen.